Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und es war Chronicles. Ihr seht es am Thumbnail und natürlich am Titel. Es gibt ein paar kleine Neuigkeiten. Ich habe mir ein bisschen so gedacht, ey, was ist denn eigentlich mit diesem Chronicles? Ja, wir haben jetzt hier so eine Beta gespielt gehabt im April und dachte mir, ja, aber irgendwann muss doch mal irgendwelche Neuigkeiten kommen, wann das Spiel denn eigentlich released wird. Ich habe auch was dazu gefunden. Ja, es ist natürlich keine deutsche Seite, aber hey, es gibt ja Gott sei Dank, ja, Google Übersetzung, beziehungsweise ist es ja schon bei Google Chrome an sich eingefügt, dass man einfach nur rechtsklickt und dann auf Deutsch übersetzen machen muss, weil ich mit meinen Englischskills, das ist eher mau. Ja, deswegen habe ich das Ganze hier natürlich auch übersetzt. Deswegen, es gibt ein paar kleine Neuigkeiten zusätzlich, wollen wir uns, weil es geht ja hier um Quartalsabschluss und so, wollen wir uns mal angucken, was eigentlich Summoners War, ja, also ganz normal, Sky Arena. so im April getrieben hat, ja, zum achtjährigen Jubiläum. Es gibt ja immer so, ja, Bilanzen, wie viel hat Summoners War eigentlich eingebracht im April? Und das wollen wir uns natürlich auch gemeinsam mal angucken und mal schauen, was sich da eigentlich getan hat. Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet von Monat zu Monat. Es gibt natürlich, klar, ist der April, beziehungsweise dieses Jubiläum immer von Summoners War, ist ja tatsächlich immer, ja, ein guter Monat, würde ich jetzt sagen, für Come to Us, ja. Aber wir wollen uns das Ganze natürlich nochmal im Gesamten anschauen und auch mal vielleicht ein paar Vergleiche ziehen, ja. Zum Beispiel mit Awaken Chaos Era und, und, und. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht das Thema und zwar gibt es, wie gesagt, zu Chronicles Neuigkeiten. Vorweg möchte ich natürlich hier an der Stelle sagen, dass sich das Ganze hier natürlich auf, ja, diese Seite bezieht, ja. Diese Seite werde ich auch unten natürlich in die Videobeschreibung mit reinpacken für euch, dass ihr euch das selber vielleicht auch nochmal durchlesen könnt. Wenn man dieser Seite glauben mag, aber ich glaube nicht, dass es unglaubwürdig ist. Am 13.05.2022 und 5.21 gab es dazu ein Update, ja, das steht hier oben, ja. Überschrift ist, Come to Us plant aus dem Finanzbericht, die Veröffentlichung des Mobile Summoners War Chronicles, die Blockchain-Version von Kritika und andere. Ich glaube, da ist hier The Walking Dead und Fishing God, Fishing God kenne ich, glaube ich. Das ist doch dieses Fishing-Spiel hier von Come to Us. Ja, und das sind ihre Blockchain-Sache hier aufzunehmen. Hier ganz kurze Frage, Summoners War, Lost Centuria, ich spiele es aktuell natürlich nicht mehr, aber ich glaube, einige von euch werden es spielen. Wie läuft das mit dem Blockchain? Funktioniert das gut bei Lost Centuria? Können wir uns freuen bei Summoners War Chronicles, bei Skyrim, dann ist das übrigens nicht geplant. Aber, ja, kann man sich darauf freuen, ist das gut oder ist es eher nicht gut? Haut mal ein paar Infos einfach raus für mich als Information. Und vielleicht kann man das einfach mal in irgendeinem anderen Video mit aufnehmen und vielleicht für alle anderen Zuschauer hier, ja, teilen. Genau, aber auf was wir uns beziehen, ist die koreanische Version. Ja, koreanische Version, das ist richtig, aber dann dauert es meistens nicht lange, bis die deutsche Version auch draußen ist. Wir wissen ja, dass die thailändische Version auch draußen war, beziehungsweise die ganze Übersetzung schon läuft, deswegen wird das Ganze schon im Hintergrund passieren, und dass das Spiel natürlich auch auf Deutsch übersetzt wird, also Chronicles, ja. Also, die koreanische Version von Summoners War Chronicles wird im Juli veröffentlicht und dann werden in der zweiten Hälfte des Jahres, gut, die zweite Hälfte des Jahres fängt im Juli an, also kann halt irgendwann bis Dezember passieren, The Walking Dead in Indidity, oh, ich und Englisch, und Fishing Gods und Crew, Minigame, Heaven, Kritiker, was ja hier oben irgendwie auch steht, was ist eigentlich Kritiker? Kritiker, Kritiker, Come to Us? Kenn ich nicht. Aber ist gut, Kritiker auf jeden Fall, ich kenn es nicht, I don't know, ist von Come to Us, äh, ja, ähm, kann man sich ja vielleicht mal angucken, vielleicht ist das ja ein gutes Game, keine Ahnung. Also, hier steht's halt, die koreanische Version von Summoners War Chronicles kommt raus. Meine Theorie, und die Theorie teilt sich auch mit einigen anderen Zuschauern, ist, dass, äh, die deutsche Version, beziehungsweise die europäische Version, das komplett auf den europäischen Markt halt kommt, also Chronicles, im August ist. Ähm, warum denke ich das? Äh, an sich ist es immer irgendwie ein bisschen zeitgleich mit der Gamescom. Es wäre auch, ähm, von unternehmerischer Seite eigentlich ganz intelligent. Letztes Jahr haben sie zur Gamescom Chronicles auch angekündigt, haben einen Trailer rausgebracht, dies, das. Jenes. Die Beta war draußen in Thailand, die war richtig gut. Ich, ich mag das Spiel und ich werde es auch hardcore suchten. Ich lade euch jetzt schon im Stream ein. Und, ähm, ja. Deswegen denken wir, beziehungsweise ich halt, auch, dass es vielleicht im August kommt. Ich meine, wenn die koreanische Version im Juli kommt, gut, dann spielen die das ein bisschen, haben ein bisschen Vorteile. Wäre natürlich auch geil, wenn es gleichzeitig released wird. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, kann aber sein. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ich endlich mal eine Seite, ich, wirklich, ich habe jede Woche eigentlich gegoogelt. Selbst, wo ich in Thailand war, habe ich gegoogelt, ob es irgendwie Neuigkeiten gibt. Und, äh, das ist die Seite, die ich jetzt hier gefunden habe, die am 13.05. hier kleine Informationen veröffentlicht haben. Ich habe nichts weiter gefunden, irgendwelche Seiten, die zumindest zuverlässig waren, ja, die für mich, äh, gut aussahen, wo halt irgendwas zu Summoner's War Chronicles steht. Gehen wir doch zur nächsten Sache. April. Summoner's War. Ja, wir sind hier bei Summoner's War. Es ist die Apple-Sache, ja. Es ist ganz jetzt immer in der Kategorie. Also, die Seite solltet ihr vielleicht auch kennen. Ich kann euch die auch gerne natürlich auch unten in die Videobeschreibung rein klatschen. Und zwar wir Summoner's War. Die Einnahmen im April. Ja, das seht ihr an sich hier im Februar und dann ging es halt steil hoch, ne, im April. Ähm, man sieht das hier immer eigentlich sehr gut. Hier seht ihr das auch. Im April gingen dann auf einmal die Zahlen extrem hoch, beziehungsweise wurde das Spiel einfach dann mehr gespielt. Äh, ja, warum? Weil 8-jähriges Jubiläum war, weil Camtors mega viele Events rausgehauen hat. Das müssten sie eigentlich immer machen, Leute. Oder? Wer ist dafür, dass Camtors das immer macht, ja? Immer irgendwelche Sachen halt komplett so raushaut. Und dann gehen nämlich die Zahlen nach oben. Man sieht auch hier wieder so ein Abwärtstrend. Ja, im Mai ist es wieder dann so ein bisschen, jetzt geht es wieder leicht, leicht, steil. Vielleicht, naja, was heißt steil? Aber geht vielleicht ein bisschen höher. Aber meistens ist es so, auch letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich beobachte das halt schon eigentlich länger. Ähm, dass es dann halt wieder runter geht. Und dann ist das, dass sich dann hier wieder so ein bisschen einskaliert halt von den Zahlen her. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Wirklich extrem beeindruckend, ja? Also 70.000 Downloads sind nicht viel, ja? Ja, wir reden da weltweit. Aber 9 Millionen Einnahmen. Apple. Ja, es geht hier wirklich nur um Apple, also um iTunes an sich, ja? Ähm, ja, die Einnahmen. 9 Millionen ist halt mal mega fett. Das Ganze müsste man natürlich noch zusammennehmen mit der Android-Version. Die haben wir hier. Äh, da sind die Einnahmen ein bisschen geringer. Aber natürlich die Downloads ein bisschen höher. Ja, ich glaube, Android ist halt immer noch mehr publik als halt Apple im Allgemeinen. Apple ist ja auch mega teuer, ja? So ein iPhone, das ist schon, ja. Ne. Aber, ja. Da haben wir hier 200k Downloads und 6 Millionen Einnahmen. Ja, ich glaube, das Ganze mit Amazon und Huawei ist sogar rausgelassen. Das heißt, die Einnahmen werden noch höher sein. Weil ich glaube persönlich nicht, dass Huawei, warum sollten sie auch, ihre Einnahmen dann hier so geteilt haben. Also die Einnahmen werden noch höher sein. Also haben wir hier schon 15 Millionen wahrscheinlich mit Amazon und Huawei, die ja auch mittlerweile weltweit tätig sind, werden wir hier definitiv auf so eine 20 Millionen wahrscheinlich kommen. Und das ist sehr viel, weil es gab halt tatsächlich auch, ähm, ja, die Monate, die ich euch hier unten hier gezeigt habe. Ähm, hier seht ihr nochmal diesen Abwärtstrend übrigens hier bei Android. Aber hier davor halt, so, sag ich mal, im Februar, Februar, März, ne, da hatten wir sowas von Einnahmen von 3 Millionen hier bei Android und von 6 Millionen zum Beispiel bei Apple. Oder umgekehrt, ja, das ist immer je nachdem. Aber die Einnahmen sind jetzt schon im April extrem hoch. Das wollte ich euch einfach nur mal ein bisschen zeigen und einfach mal einen kleinen Vergleich bringen mit, ah, was nehmen wir denn? Wir können doch mal Rage Shadow Legends nehmen, ja? Komm, wir nehmen mal Rage Shadow Legends hier. Download 700.000. Ach, Leute, hört auf. Äh, nee, also 700.000. Ich meine, die machen ja auch Werbung ohne Ende. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was die für Werbung rausknallen, ne? Und es ist trotzdem kein schlechtes Spiel. Raid kann, kann verpönt sein und, und, und. Aber wir hatten uns das, ähm, letztens auch mal wieder angeguckt gehabt und, äh, es hat sich viel gemacht, ne? Also man kann jetzt auch schon ordentlich spielen, ohne zu cachen, ne? Und 10 Millionen Einnahmen, ja? Also das ist schon ein extremer Unterschied. Das Ganze hier auf Google gibt es hier vielleicht noch, äh, Raid Shadow Legends auf... Ja, das ist jetzt Google und dann hier haben wir noch mal, ich sehe, wie ihr es auch seht, da brauche ich nicht drauf gehen. 200.000 Downloads nochmal und 8 Millionen Einnahmen. Höre auf, frage nicht nach Sunshine. Ai, 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 uu, was, da geht es aber mal richtig heftig steil bergauf. Was ist denn da passiert? Was war denn da? Was war denn da für ein Update? Ai, 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 aber da richtig steil. Ja, da sehen wir auch so einen kompletten Abwärtstrend, ne? Und dann geht es hier steil bergauf. Was ist da denn passiert? Also, und dann ging es wieder steil nach unten. Oh, jetzt geht hier aber der Hügel richtig nach unten. Ai, ai, ai. Okay. Und jetzt brauchen wir noch mal ein anderes und zwar Awaken Chaos Era. Awaken Chaos Era. Gutes Spiel. Wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Wir sehen es hier auf Android. 90.000 Downloads, eine Million Umsatz. Ah. Ah. Und 50.000 Downloads hier und nochmal eine Million Umsatz. Ist nicht viel. Die hatten auch schon mal die zwei Millionen gehabt bei Android. Deswegen, das ist nicht unbedingt so viel, ja? Bei Awaken Chaos Era. Gehen wir einfach mal hier drauf bei Android und gucken uns mal hier an. Oh ja, hier sieht man es. Hier richtig viel, richtig viel Aktivität gewesen, ne? Da ist das Spiel released worden und dann, Ai, ai, ai. Hier ist nichts mit Aufwärtstrend zu sehen, leider. Aber, ja. Ich sehe auch keine Werbung mehr von dem Spiel. Ich spiele es aktuell übrigens immer noch. Ja, die Frage kommt immer noch ein bisschen. Aber ich spiele es natürlich nicht mehr so aktiv wie vorher. Aktuell ist da mehr SW im Fokus. Und, aber super Spiel. Kann ich trotzdem sagen, ja? Bring gute Helden, bring immer Updates immer raus. Obwohl der Guild-Gin-Kampf immer noch nicht da draußen ist. Aber, ja. Aber man sieht da auf jeden Fall schon den Abwärtstrend. Ne, ich will mich hier nicht anmelden. Dankeschön. Ähm, ja. Also eindeutig. Aber trotzdem, Summoners war, muss man wirklich so sagen. Kann man noch irgendwas anderes sagen? Aber, ja. Warte mal. Ähm. Wie heißt nochmal das Spiel? Genshin Impact. Genshin... Oh. Genshin Impact ist natürlich extrem. Wer das schon sieht. Ja, auf Android. Wir sind noch nicht mehr auf einer PC-Version angekommen. Oh Mann, ey. 23 Millionen, ähm, Umsatz. 2 Millionen Downloads. 1 Million, ähm, Downloads. Und 41 Millionen Umsatz. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Genshin Impact. Was ist denn da passiert hier? Ging's aber immer nach oben. Ähm, aber hier, die halten halt ihre Sache halt komplett. Also da, da, immer ein ganz kurzer Abwärtstrend. Ja, gut, okay. Da ging dann auch wieder steil bergauf. Das ist schon extrem. Also das ist, äh, Genshin Impact halt, ne. Also das ist, äh, ja. Sehr, sehr Wahnsinn. Aber jetzt mal um in die Gacha-Sache reinzugehen. Obwohl man Genshin Impact jetzt, äh, nicht vergleichen kann mit Raid oder mit Awaken oder mit Summoners War. Ist trotzdem irgendwie was anderes. Auch wenn es das Gacha-System mit beinhaltet. Aber, ja. Okay. Also, ich wollte euch einen kleinen Einblick einfach geben. Ein kleines Update hier im Mai. Am 17., 17. Mai 2022. Ihr seht's ja unten rechts. An sich das ganz, äh, neu. Also wer sich interessiert für die Mai-Zahlen, die kommen meistens wirklich nicht am 1. Juni dann dementsprechend. Da könnt ihr mal so beim 5. 10. Juni mal vorbeischauen. Und dann habt ihr wahrscheinlich die Zahlen vom Mai. Ich packe euch, wie gesagt, äh, alle Seiten unten in die Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zugucken. Auch wenn es mal ein bisschen was anderes war. Es war kein Gameplay. Aber es war eine kleine Information für euch. Haut neiv. Viel Spaß. Und ciao. Ciao.